Endlich mal eine bequeme Art und Weise ein Interview zu führen. Inwiefern passen diese Seed-Sex zur Spielbahnmesse? Man kann das für Freizeit sehr gut benutzen für Jung und Alt. Es gibt für die Junioren, für die Kleinkinder und auch für die Erwachsenen, wenn sie zum Festivals gehen oder am Meer oder am See gehen. Und für die Kinder ist es schön, auch für das Fernsehen hinzusetzen und dann miteinander zu reden. Das stimmt. Es gab ja schon von Ihrer Konkurrenz größere Teile. Wie sind Sie denn dann auf die Idee gekommen mit den kurzen Sitzen? Eigentlich ist es ein Seed-Sack. Die andere ist mir ganz zu liegen. Aber es ist schön, nur zu sitzen. Aber es sind zwei separaten voneinander. Jetzt würde ich aber doch gerne sehen, obwohl es so bequem ist, wie das Ganze aufzublasen ist. Das ist gut zu demonstrieren. Ich werde es vielleicht meinen Kollegen mal fragen. Kann ich das noch besser machen? Is das jetzt die Kinderaggressive? Ja. Wie oft muss ich diesen Einsaug, sie nimmt es stark. Drei, vier Mal, aber für die Großen genauso. Genauso. Ist nicht anders. Und dann? Beeindruckende Demonstration. Sie halten jetzt aber die ganze Zeit schon so Lämpchen in der Hand. Mit denen hast du auch irgendwas auf sich. Ja, das ist sehr schön. Man hat dann die Benutzung. Da geht man heller und heller. Wo kommen die hin? Und da können wir hinlegen im Sitzsäck. Im Moment gibt es natürlich nicht so viel Licht. Aber das ist schön, wenn es dunkel wird. Und wenn wir am Festival sind, um da doch romantisch zusammenzusetzen. Und die Leute mal gucken. Ah, das ist bequem, das ist schön. Man merkt, ihr Produkt ist durchdacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Vertrieb. Sehr schön. Danke. Herzlichen Dank. Danke.